Du glaubst mir gar nicht, wie gern ich gerade unsere Gegner abziehen will. Typen sind mir gerade im Warm-Up schon auf den Sack gegangen. Er wusste halt, dass du da bist. Das ist noch krasser, als er wusste, dass du da hingehst. Heißt halt, irgendeine neuronale Verbindung, ne? Ja, neuronale. Ah, war easy sogar. Ich lasse sogar meine Zweitwaffe hier. Lass sie einfach hier, zieh durch. Heller. Das Wochenende hätte ich eigentlich keine Zeit, aber ich habe doch Zeit. Und das Wochenende danach bin ich auf dem Geburtstag von jemandem aus meiner Familie. Also das Wochenende in zwei Wochen werde ich schon mal nicht können. Also im Prinzip das machen, was unsere Gegner mal machen. Okay, die haben mich von beiden Seiten angeschossen. Es sind beide unten. Einer im Keller, einer so unten. Der eine ist, glaube ich, oben so. Was ist da? Digger, wie lange ihr euch angeguckt habt. Ja, die Sache ist, ich habe gerade nicht darauf geguckt. Das war natürlich eine galle Idee, die ist zu piken und hinzuschauen. Ist halt ein Patent. Das ist so. Brr. Danke. Digger, das passiert uns so oft. Ich glaube, wie viele tausend Dollar ich gebraucht habe. Ich glaube, könnte ich mir wahrscheinlich eine Nudelsuppe kaufen. Blah, sogar. Einer ist im Fischerhaus. Was ist das für ein Typ, Alter? Ausgetappt. Nein, schon wieder. Wird schon angeschossen, dein Vater. Hä? Ich habe keine Waffe. Oh, man hätte sich auch selber noch eine Waffe kaufen können, wenn ich die eine Waffe. Äh, wir landen, wir landen, wir landen. Ja, warte, 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 komm runter. Ich hole den. Sehr schön. Ding ist, ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn die fertig mit dem Spielen sind. Das ist, da gibt es safe irgendwelche VIP-Pässe. Und einer ist da. Ja. Seiner ist hier. Ja. Der hat einen Elm, sein Vater. Wie süß, der ist da hinten irgendwo mit seiner niedlichen Piste. Nee, ich habe gerade was eingeschossen. Was ist das, was? War der da hinten mit seiner niedlichen Piste? Nein. Danke. Danke, Siege. LOL. 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 Danke. ww. L-l-l-l-l-l-l-l-l. Was? Ich bin geblockt. Oh, fuck. Der hat 30 HP. Sehr, sehr gut. Digga. Wo ist der hin? Safe oben. Der war hier eben. Nein, der war hier eben. Okay, du hast keine Zeit mehr. Ey, das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Der ist da eben um die Kurve gelaufen. Der Mann ist ja tot. Das war aber halt auch wirklich seine Schuld, ne? Ja. Ich glaube wir brechen beide nochmal eine Hilfestellung, was straight nach oben angeht heißt. Aber einer ist auf der Baustelle. Ich habe hier einen Hedgehog gegeben. Ne, ich habe ihn schon geholfen. Weil ich so einen Auto-Aim habe mit der USPS da oben. Ich mache halt einfach alles alleine. Ach Mist, ist ja eine Schuld. Unter der Veranda. Droppe deine HI runter, erst too slow, erst too slow. Droppe deine HI runter, unten, nein. Egal, 15 HP. Ich habe es nicht mehr. Ich habe gerade gemerkt, dass einer von denen einen Auto-Sniper hat. Ne, die ist mir. Ja. Wo war der? Bei deren Spawn. Oder ne, da war der halt. Ne, das ist der, glaube ich sogar. Der Auto-Sniper. Das ist schon hart traurig, dass er es nicht in den Kripp hat. Leute, der ist da oben. Der ist oben. Der wird droppen. Fuck. Der hatte 10 HP. Ja. Was ist das? Wir haben kein Geld mehr, um ein Großes zu kaufen. Ich habe einen Großes Einkauf gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, safe easy nach oben rutschen. Warum hast du dir jetzt eine SSG gekauft? Gut. Einer ist oben. Ich meine es beide sehr schnellen. Ja, sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, paul euch jetzt, was wir auf das Video sehen wollen. Oh, Skillgruppe, wir wollen alles sehen. Alles klar. Also alles auf alles einfach. Alles auf alles. Schaut auf meinem Twitch vorbei, wenn man schon mal dabei ist. Tschüss.